Lumex! 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 Hallo, mach auf! Bro, 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 was schreist du so rum? Was ist denn los, Junge? Hier ist Skibbity Toilet! Guck mal hoch! Skibbity was? Skibbity Bob Toilet oder wie die heißt? Guck mal hoch bitte, schnell! Skibbity... Skibbity Toilet! Sam, versteck dich! Komm rein, komm rein, komm rein, versteck dich! Komm, schnell! Warte, warte. Okay, ich bin hier. Bro, Bro, wo sind wir hier gelandet? Im neuen Barry Skibbity Bob Toilet Gefängnis? Nein, sag nicht, wir sind im... Im Barry Skibbity Bob Gefängnis! Wir können sogar vor uns sehen, oh mein Gott! Nein! Das war's mit uns! Das war's! Nicht schon wieder, Bro, Saddle! Das ist wieder mal ein Ausbruchsvideo, ich glaube, Junge! Nicht schon wieder, Mann! Nicht schon wieder! Du weißt aber, was das heißt, ne? Das gibt wieder eine teure Challenge! Äh, 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 schon wieder? Ich hab's doch schon das letzte Mal alles schon so oft verloren gegangen! Ja, ja, ja! Wer diesmal zuerst aus dem Barry Skibbity Toilet Gefängnis ausbricht... Warte, du müsstest diesmal richtig krass machen! Okay, hau raus! Der bekommt diesmal... Warte! Wie viel? 50.000 Robux?! Aber... 50.000! Das war's noch nicht! Es gibt nochmal... 500 Euro obendrauf! Ich bin dabei! Ich muss heute gewinnen, ich bin dabei! Weil dann kann ich alles wieder wegmachen vom letzten Mal! Du bist dabei? Ich bin sowas von dabei! Okay! Ich bin dabei! Ich werde heute gewinnen, Freunde! Mir egal! Wir werden heute Erster sein! Okay, okay, okay! Leute, ich bin ganz kurz gemutet! Ihr seht's schon! Und ich hab nämlich wieder richtig coole Prank-Items! Weil ich werde mir natürlich wie immer einen unfairen Vorteil verschaffen! Deswegen würde ich sagen, lass uns schnell ausbrechen! Und Seven dabei wieder ein bisschen pranken, Leute! Let's go! Äh, okay, Seven! Dann würde ich sagen, lass mal ausbrechen, oder? Aber du gehst vor! Du gehst vor mir auf jeden Fall! Okay, 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 okay! Ich geh vor! Ah, ja gut, Seven! Ich würde sagen, ich sprech dann mal aus, okay? Let's go! Okay! Was?! Äh, wo? Bro? Sag mir nicht, du hast wieder was aus der Toilette! Ich! Doch! Da war wieder irgend so ein komisches Item drin, Bro! Warum findest du immer Items und ich nicht? Ich weiß es auch nicht, Bro! Ich weiß doch auch nicht! Vielleicht musst du einfach mal in der Toilette nachgucken! Geh mal gucken in der Toilette! Nee! Doch, geh mal gucken! Frau Robi! Okay! Hier ist GBD! Mal gucken, was hier ist! Hahaha! Leute, der guckt da jetzt wirklich nach! Und solange er nachguckt, renne ich schon mal los! Was ein Idiot! Wo ist Lumix denn? Lumix! Ah, Seven! Ey, ich hör dich gar nicht! Lumix, woher bist du? Warte mal, man kommt hier gar nicht hoch, Leute! Das ist verpackt! Wir müssen ein Item benutzen! Wartet mal! Äh, Sprungfehler? Wartet mal! Oh! Oh mein Gott! Ah! Ähm, Seven! Wo bleibst du? Wo? Ich bin da, wo man springt irgendwie! Da sind so rote Laser! Wie komm ich aber da hoch? Hahaha! Guck mal nach oben, du Idiot! Da oben bist du! Hahaha! Du hast doch wieder irgendwas! Du hast doch wieder irgendwas! Bro, du kennst mich doch! Ich würde doch niemals unfair spielen, Junge! Was denkst du denn von mir? Okay, da hast du auch recht! Das stimmt auch! Du spielst dich immer unfair! Aber wie komm ich jetzt da hoch? Ja, einfach auf den Laser drauf springen! Okay, ich probier's! Drei, zwei, eins, go! Hahaha! Ich probier's nochmal! Drei, zwei, eins, go! Hä? Der Leber macht mich kaputt! Du bist der größte Idiot, Bro! Warte mal, wie komm ich jetzt hier drüber? Ey, du musst mir hier helfen! Ne, muss ich nicht! Du musst mir hier helfen! Ah! Hey! Da war eine Mine, Junge! Du bist gestorben! Oh nein! Jetzt bist du wieder bei mir! So, jetzt zeig, wie du hochkommst! Boing! Ah! Schau, ich bin oben! What? Ja! Wie krass war das denn? Ja, das ist so ein Bug, Bro! So, du musst einfach da drüber springen, dann kriegst du schon Shampoos! Okay, warte! Hup! Boing! Ah! Hahaha! Es klappt bei mir einfach nicht! Es klappt bei mir einfach nicht! Seve, ich lauf da mal weiter, ja? Wir sehen uns später! Ey! Boing! Hilf mir doch irgendwie! So, solange du runter machen bist, Seve, hier, brech ich schon mal weiter! Aus hier aus dem Bärisch! Gib mir die Dopp-Gefängnis, Junge! Oh mein Gott! Lule! Ich lass mich doch nicht verarschen von dir! Ja? Ich hab nämlich gesehen! Was denn? Es gibt nen Shop und ich hab mir was gekauft! Ja! Digga! Bro! Ändert nichts daran, dass ich vor dir bin, du Idiot! Hier! Guck mal! Hä? Wo bist du denn? Ja, wo bist du denn? Hä? Wo bist du denn? Ja, ich frag mich, wo du bist! Ja! Leute, ich bin ganz kurz gemutet! Seve spielt doch nicht mit mir! Guck mal! Was ich jetzt mache! Ich hol wieder meinen Crappler raus! Und werde ihn damit gleich abschießen! Passt mal auf! Der wird so ausrasten! Komm doch hoch, Seve! Wo bleibst du denn? Oh, ich bin oben! Ich bin oben! Hä? Was ist jetzt, Lumix? Was ist jetzt? Ja, komm doch, Seve! Du bist doch lange nicht bei mir! Komm aber jetzt! Hä? Ja, komm doch! Ich muss jetzt so nen Knopf drücken! Warte mal! Hä? Leute, die Dinger bewegen sich! Leute, warte mal! Hier kommt irgendein anderer! Den lassen wir mal vorbei auf direkt! Aber sobald Seve kommt, schieße ich ihn an mit meinem Crappler! Passt auf! So! 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 Oh mein Gott! Seve ist hochgekommen, Junge! Ja! Ich hab doch gesagt, ich bin ein Pro-Easy-Piefe! Was? Hahaha! Du Idiot! Was warst du in der Hand? Bro, ich bin wieder zurückgekommen! Du bist wieder da! Hahaha! Ich hab's so lange dafür gebraucht! Seve! Egal! Ich geh schon mal runter zur Barry Skibbidi-Dob-Toilette! In der Lage! Und jetzt... Oh nein! Er ist vor mir! Da ist die Barry Skibbidi-Dob-Toilette! Hört ihr! Das hört mir ganz genau hin! Die macht den Barry Skibbidi-Dob-Sound! Oh mein Gott! Ich bin gleich da bei Lubex! Leute! Let's go! Sie ist genau da! Ah! Du bist ja auch schon hier, Junge! Na easy, Junge! Das ist doch easy! Bro, guck mal da! Komm! Die Barry Skibbidi-Dob-Toilette! Okay, guck mal! Wir machen das so! Du gehst vor! Ich warte! Und dann sagst du, wann ich kommen darf! Äh... Nö! Aber weißt du, was wir machen können? Was denn? Das hier! Haha! Boing! Haha! Digga, hör doch auf jetzt! Hahaha! Es kann doch nicht sein, dass ich hier nie rauskomme! Ich mach da mal einen Abgang hier! Schnelligkeitsfeder und... Neeeee! Neeeee! Fang mich doch! Hahaha! Komm du doch! Oh mein Gott! Guck wie schlecht ich bin! Guck mal wie schnell ich bin! Der kriegt mich gar nicht! Guck mal! Ey! Wie schlecht! Ich skibbidi-Berry-Toilette! Komm langsam! Oh mein Gott, Junge! Der hat mich bekommen! Was passiert? Ich hab mich ja überschrocken, Leute! Ey jetzt, das gibt's nicht! Wir rennen jetzt aber los hier! Ich skibbidi-Dob-Toilette! Du kriegst mich nicht! Ich bin oben! Ich bin auch oben! Ich bin oben! Oh mein Gott, Digga! Hier ist Laser, Bro! Schau mal! Nein! Nein! Okay! Geh du vor! Warte, du musst springen! Du musst springen! Jetzt renn! 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 Was machst du mich runter? Hahaha! Ich bin wegen dir runtergefallen! Ja! Das ist natürlich dann doof, Bro! Komm! Wir warten mal korrekt auf den Looser Savvy hier, ne? Oh mein Gott, warte! Noch ein Laser! Okay, ich kann durch! Ich kann durch! Savvy, Bro! Bro! Hä? Bro! Siehst du das auch? Ich kann hier nicht durch! Ich kann hier nicht durch! Ich hab den Knopf unten nicht gedrückt! Juni! Warum sagst du mir nix? Bro! Du bist der größte Idiot! Aber warte mal! Es geht doch hier um 10.000 Euro Bucks! Ne, um... 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 Warte mal! Okay, Leute! Schaut mal! Ich bin jetzt hier schon im Badezimmer! Ihr seht's hier! Jetzt können wir einfach hier ein bisschen Blödsinn machen! Oh mein Gott! Guckt mal! Pinkel, 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 pinkel! Wir warten jetzt hier einfach auf Savvy und sobald er kommt, werde ich hier aus der Ecke kommen und ihn wieder mit meinem Crabbler abschießen! Ich hoffe, er wird richtig ausrasten! Hahaha! Savvy! Wo bleibst du denn? Ich warte auf dich! Ich bin unten und warte auf diesen blöden Skibbi die Toilet Barry! Dass er mich durchlässt! Ich muss den Knopf noch drücken! Ich bin schon auf dem Klo, Junge! Ich sah eine richtig dicke Wurst ab! Ist doch mir wurscht! Du bist doch eine Kackwurst! Hahaha! Oh mein Gott, Leute! Ich glaube, ich hab's! Ich bin jetzt auch oben! Oh! Der kommt hinterher, Bro! Ja! Und hab sogar Schwert drin! Bro! Vereist du dich mal! Hier kommen schon andere Leute auf die Toilette, die mir die Toilette klauen! Die Laser haben mich erwischt, Junge! Wartet mal, Leute! Hier ist ein Geheimraum! Meint ihr, ich kann Savvy hier durchschießen? Mit dem Crabbler? Meint ihr, das geht? Wartet mal! Wir testen das mal! Wir warten jetzt bis Savvy kommt! Lumex, ich bin durch! Jaaaa! Oh mein Gott, wir sind auf der... Savvy! Savvy! Lumex? Ja? Guck mal! Hi! Hahahaha! Er hat mich... Kannst du jetzt mal aufhören? Junge, du bist voll der Loser hier! Was machst du denn auch? Guck mal hier! Guck mal hier! Wo hast du reingekack gemacht? Guck mal hier! Da! Wo? Hier? Ja! Ey! Nee, das stinkt, Digga! Immer auf! Tschüss! Lumex! Jo, ich schrapp mich jetzt auch nach unten! Zack, zack! Bam! 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 Ich bin unten! Ich auch! Oh mein Gott! Das ist Lava-Dinger hier! Savvy Savvy! Hinter dir! Wo? Wo? Da! Bam! Ey, Junge! Hahaha! Es reicht doch! Bitte! Es reicht! Es reicht! Es kann doch nicht sein! Es reicht doch irgendwann mal mit dir! Bro! Savvy! Sag mal, warum bist du eigentlich so kacke? Sag mal ehrlich jetzt! Auf Ernst! Warum bist du so kacke? Wir müssen zusammen in einem Gefängnis raus! Was nennst du mich kacke? Bro! Das ist das Barry's! Geh mir die Dopp-Gefängnis! Schreckst du das eigentlich? Ja! Ich weiß, was ist so ein Gefängnis, du Noob! Guck mal! Easy! Guck mal! Zack! Tschüss, Lumex! Geh schon mal durch! Bro! Okay! Nein! 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 Komm schon, komm schon! Ey! Diese kack Lava, Bro! Die ist so nervig! Hey! Junge! Das fangt! Es fangt, Junge! Du bist... Also ich sag so wie es ist, bei den letzten Mal machst du auf jeden Fall besser! Ich hab's, Bro! Viel besser! Ich hab's! Leute, ich bin ganz kurz gemütet! Es reicht mir jetzt mit selber, Leute! Ich nehme jetzt hier die illegale Teleportpistole! Damit kann man sich nämlich teleport... Teleportieren! Passt auf, Leute! Ja, Seven, ne? Pass mal auf, was ich jetzt mache! Bam! Äh? Was denn? Hä? Seven! Was denn? Bro, ich hab mich aus der App rausgebockt! Nein! Ah! Warte mal! Kann ich nicht jetzt hier irgendwie ins Ziel reinrennen? Wartet mal, Leute! Ich bin hier voll out of map! Habt ihr schon mal die Barrel Map von außen gesehen? Oh mein Gott! Was? Seven, ich hab das... Ich hab das Spiel kaputt gemacht, Bro! Wie hast du denn das gemacht? Hä? Ich weiß auch nicht! Komm ich hier wieder rein! Warte mal! Ich muss wieder reinkommen! Warte, warte, warte! Ich brauch dich um rauszukommen! Auch wenn du ein Dummbatz bist! Aber ich brauch dich! Ich glaub ich muss mich zurücksetzen! Warte! Ich bin wieder drin, Bro! Ach Digga! Jetzt bin ich wieder hier! Ey! Seven, ne? Das... Also hier, du bist echt kein guter Ausbruchspartner! Muss ich dir ehrlich sagen! Das kann ich Sinn dafür! Hier kommt ein riesen Berry Kopf gerollt, Alter! Hab ich doch gesagt! Du hast mir nicht zugehört! Guck mal! Ey! Sag mir nicht, du bist noch da! Sag mir nicht, du... Warte! Du bist doch auch hier, du Idiot! Ja! Ich war schon weiter! Ey! Du hast Schnelligkeitsboost! Ich hab auch einen! Ja! Wenn du mich verarschst, würde ich mir natürlich auch einen! Was ist denn das? Psch! 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 Das ist die Berry Skipper die Dokturmette! Die hat drei Kopf! Oh mein Gott! Renn, Bro! Renn! 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 Ah! Oh mein Gott! Sie hat mich! Nein! Nein! Wo? Oh nein, Bro! Bro! Ich muss noch mal rein! Ich bin durch! Warte ich jetzt auch Schnelligkeitsfeder? Näh, 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 näh. Rekord, nein. Wurdest du schon wieder erwischt? Nein, nein, komm schon, komm schon, komm schon. Ja, ja, er wurde schon wieder erwischt. Nein, ich bin bei dir. Hallo, was geht? Nein. Oh mein Gott, ich dachte, ich bin voll. Bro, dachtest du auch, du kannst den Ausbruchsmaster Lubex fertig machen? Du hast ihn mit dem falschen angelegt. Barry ist mein Zwillingsbruder, Junge. Doch mir kackegeist, ob das dein Zwillingsbruder ist. Ich gehe auf jeden Fall schon mal weiter und gewinnen. Du hast den Energy-Drink vergessen, du Idiot, Bro. Ja, den hole ich mir auch jetzt. Oh mein Gott, bin ich schnell. Ich bin runtergefallen, Bro. Oh nein. Ja! Nein, Digga. Leute, das ist unser Sieg jetzt. Oh mein Gott, sind wir für die Laser. Trink doch, trink doch. Okay, warte jetzt. Nein! Ey, Bro. Bist du auch runtergefallen? Nein, die Laser haben mich erwischt. Ihr seht, das Barry skippt in die Dampfgewängnis. Das ist halt fünfmal so schwer wie das Normale. Das ist einfach so Laser-7, ne? Bro, tausendmal schwer. Also ich sage euch so, wie es ist, Leute. Hier dürft ihr nicht gefangen werden. Das war's, das war's. Wenn ihr einmal im Barry skippt in die Dopp-Gefängnis seid, Leute, dann war's das. Ich glaube, ich habe es doch am Anfang gar nicht erwähnt, Leute. Aber dieses Spiel ist, ich weiß nicht, gefühlt verboten. Ich habe das richtig schwer gefunden, ne? Also das ist gefühlt wirklich ein richtiges Undercover-Spiel hier. Deswegen, Leute, spielt das auf keinen Fall. Ihr seht, das ist geisteskrank schwer, Bro. Das ist so schlimm. Bro, Seville, die sind so Laser-Türen, Alter. Ich komme ja nicht mal hier weiter, Junge. Oh mein Gott, Bro, das ist geisteskrank schwer. Ich habe es, Bro, ich habe es. Nein. Komm schon, ja, ab nach oben, ab nach oben. Nein, 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 nein. Abstellraum, Abstellraum, Tür hoch, zack, zack, zack. Ey, Lübex, du kannst ja kurz warten. Du kannst ja kurz warten. Bro, es geht um 50.000 Robux und nochmal um 500 Euro. Ich warte doch nicht auf dich, Bro. In welcher Welt? Du hast doch so oft gewonnen. Du hast doch genügend Geld jetzt von mir. Aber natürlich, um ihn wieder ein bisschen hier zu pranken mit der Harpune. Deswegen, sobald er hier um die Ecke kommt, schieße ich ihn damit ab und werde ihn wieder töten. Er wird so ausrasten. Passt auf. Ich bin gleich da, ja. Ich glaube, ich bin richtig bei den Leitern. Abstellraum. Ich glaube, ich bin, äh, Lumix? Überraschung. Ja. Nein. 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 Das gibt es nicht. Ich bin doch extra weitergekommen, Junge. Oh nein. Mein Leiter ist weg. Oh, mein Leiter ist weg. Hä? Wo ist meine Leiter? Ach, hier im Abstellraum. Stimmt ja. Nein, nein, nein. Renn. 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 Renn, schneller. Wo ist die Leiter? Ich wusste nur, dass es ging. Ich habe meine... Komm, 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 Leute. Komm, 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 komm. Sam, haust du rein? Ich mache jetzt einen Abgang, ja? Alles klar. Ich bin aber gleich hinter dir, mein Freundchen. Oh, mein Gott. Bro. Was denn? Bro, was ist das denn, Alter? Bro, was geht denn hier ab, Digger? Oh, mein Gott. Bro. Nein. Nein. Bro, hier ist irgendein Laser. Oh, mein Gott. Oh, komm, jetzt mal gucken. Das wirst du nicht schaffen. Es ist viel zu krass, Bro. Mal gucken. Ja, da staunst du, was? Okay, 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 warte. Da kommt... Oh, was? Das ist so kacke. Junge, du wirst so lange dafür brauchen. Ich sage dir das jetzt schon, ne? Ey, Leute. Das Barry Skibbidi... Was? ...Dop-Gefängnis ist so schwer. Ey. Hey, du hast es geschafft. Ich wollte nichts sagen, weil ich mir dachte... Komm, ich überrasch den kleinen Racker einfach mal. Numi. Pass mal auf, Seville. Oh nein, die Kugel. Wer ist hinter dir direkt? Oh nein, die Kugel. Oh, die Kugel. Ich brauche mich zu blocken, Bro. Du hast mich gerade geblockt. Alter, was ist das? Ey, die Kugel haben mich erwischt. Ja! Ey, das ist so schwer. Bro, ich hau da mal rein. Warte mal, warte mal. Leute, ich werde hier nochmal auf Seville warten. Und werde ihn gleich nochmal mit dem Greifhaken abschießen, dass er stirbt. Ich will, dass er richtig ausrastet. Passt auf. Wir müssen ganz leise machen. Seville, ich bin schon so weit. Du wirst mich gar nicht mehr einholen, Bro. Wer sagt das denn? Ja, ich natürlich, ne? Oh, ich hab's, Junge. Das war so schwer. Überraschung! Nein! Das gibt's doch nicht. Lass mich doch einmal im Leben, wenn ich durchkomme. Oh, Bro. Das tut mir doch jetzt echt leid, ne? Was haben wir denn hier jetzt? Ja, du musst diese ganze Ventile zudrehen, ne? Idiot. Idiot. Und jetzt? Nimm doch deine Sprungfeder, du Idiot. Hä? Ich will halt nicht hacken wie du die ganze Zeit. Ja, dann verlierst du halt, ne? Das sind meine 50.000 Robux und 500 Euro. Ja, du bist so gemein. Du bist der Gemeinste, den ich kenn. Schnelligkeitsfeder? Nee. Oh mein Gott! Schnelligkeit plus Sprungfeder ist ja voll overpowered. Ich mach so. Du hackst doch die ganze Zeit. Ich mach Saltos, Bro. Okay. Bro, ich mach so. Nein, ich bin runtergefallen. Du hackst die ganze Zeit. Ich mach das jetzt auch. Ich mach das jetzt auch. Mir kackegal. Bro, ich mach hier die ganze Zeit Triple Double Chups, Leute. Ey, Seven, ne? Ich bin schon so weit vorne. Du wirst mich nie mehr einholen. Wo bist du eigentlich? Wo bist du eigentlich? Oh mein Gott. Was geht denn hier ab? Alter. Was ist das denn, Leute? Was ist das denn? Bro, oh mein Gott. Leute, das Very Skibbity Dog Gefängnis mit Abstand. Einer der schwersten Ausbrüche aller Zeiten. Ich mein, guckt euch das mal an, Bro. Ich bin noch immer nicht bei dir, Junge. Wie gut bist du heute? Bro, wir werden hier eine Stunde brauchen. Das ist gottlos schwer. Mindestens eine Stunde, Leute. Also, ich sag euch, wie es ist. Ich hab hier richtig Probleme. Oh, ich glaub, ich hab's. Oh, nicht das. Ich hab's. Oh mein Gott. Decker, das gibt's doch nicht. Das gibt's nicht. Seven. Das gibt's nicht. Ich bin beim Chefkoch. Nein. Das ist Gary, Leute. Pssst. Pssst. Oh mein Gott, ich komm. Ich komm jetzt auch. Bude, Seven, sei leise. Du bist noch am Mond gefühlt. Du brauchst noch fünf Jahre bisher. Ich komm jetzt auch. Doch, doch, doch. Ich komm jetzt auch. Ah, ha. Leute, und selbst wenn. Selbst wenn Seven hier jeden Moment herkommen sollte, werd ich ihn wieder mit der Harpune abschießen, sodass er sterben wird. Er wird so ausrasten. Let's go, Junge. Bro. Bro. Ich besiege jetzt Gary, den Chefkoch so lange. Nein, warte auf mich. Das schaffst du nicht alleine. Bro, natürlich schaffe ich das alleine. Was redest du da? Oh, oh. Er ist echt ein bisschen stark. Ah. Gary. Friss Burger. Ah. Hör auf. Er ist geistkrank. Ich will auch mal Burgers haben. Nimm das. Gary, ich seh nix. Gary, friss auf so'n Gemüse. Ah. Okay. Ah. Ah. Nehmt das, Junge. Oh mein Gott. Bro, er hat mich. Ah. Kein. Nein. Oh, oh, oh. Ich hab ihn. Selbe, bro. Selbe. Nur mal ne Frage. Wo bist du? Wenn ich ehrlich fragen darf. Wo bist du? Ich hab gerade ein Tee mit Berry getrunken. Ich hab gerade ein Tee mit Berry getrunken. Ja, du sollst mal aufhören, so viel Tee zu trinken, bro. Sag ich dir ehrlich. Warum denn? Bro, weißt du, wo ich schon bin, bro? Wo bist du denn? Ich bin jetzt schon hier bei der Mega-Rutsche. Ja, das kann nicht sein, dass er so weit ist, Freunde. Ich muss... Ja, okay. Let's go! Ich hab die ganze Zeit nur rumgebräucht. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ey, nein. Nein. Leute, das ist übel schwer. Im Hard-Mode wird man ja quasi weitergeschleudert hier. Ja, ich hab's. Junge, Junge, ist das schwer. Ey, äh. Wo bin ich denn jetzt? Oh mein Gott, ich bin beim Chefkoch. Kannst du mir einen Tipp geben, was ich jetzt machen soll? Ja, Bro, du musst einfach gut spielen. Mehr kann ich dir dazu nicht sagen, Junge. Ich bin jetzt auch beim Koch. Ich hab ihn gleich. Ich hab gleich den Kopf. Ja, Bro, ich mach jetzt hier Mega-Rutsche. Ich schulde ihn noch ein, Freunde. Ich verspreche euch, ich schulde ihn ein. Nein. Leute, ich bin gleich draußen. Bro, Seville, du bist so schlecht heute, ne? Aber chill auf korrekt kurz. Chill auf korrekt, komm. Auf korrekt. Okay, 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 okay. Leute, ich bin gemutet. Ich werde jetzt hier aufgeregt auf den Warten. Natürlich mit der guten Harpune. Und damit werde ich ihn gleich abknallen. Let's go. Oh, ich rutsche einfach mal in den Kopf. Alter, ich hab Platzwunde bekommen. Tschüss. Äh, okay. Oh, Leute, oh mein Gott. Hey, das gibt's doch nicht. Junge, das sieht so funny aus, Alter. Das kann ich mir den ganzen Tag anschauen. Leute. Was ist denn das? Das müssen wir jetzt so richtig cool machen. Oh, ich hab ihn. Ich hab's. Nein, bitte lass es. Ja. Bitte lass es diesmal. Nein. Oh, nein. Leute. Ich bin schon wieder out of map. Ich hab mich rausgeklickt. Äh. Meine Chance weiter zu kommen, Leute. Komm, direkt hoch. Bro, ich bin wieder hoch bei der Rutsche gespawnt. Wollt ihr mich verarschen? Ja. Jawohl. Komm schnell. Ich flieg runter. Junge. Oh mein Gott. Das, was jetzt kommt, GG. Das, ey, das schaffen wir niemals. Leute, das ist unmöglich. Bro, Seve. Junge, ich flieg die ganze Zeit runter. Ich hab's doch geschafft. Komm schon. Ey, aber das ist anders. Bro. Bro, bitte. Seve erzähl mir nix. Ja, ich kann dir schon was erzählen, wenn ich gleich hier durch bin. Bro, Seve ist jetzt. Bro, was? Nein, Bro, Bro, mein Game. Bugged is bugged, Bro. Jetzt bugged das Spiel. Mhm, wie immer, Leute. Bro, ich, 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 ich hab die ganze Zeit hier. Ja, ich hab's. Ich hab's. Oh mein Gott, endlich. Ich bin da, wo du nicht bist. Oh ja. Oh mein Gott, was? Siehst du das? Bro, was? Das ist unmöglich. Ciao. Das ist fast unmöglich gefühlt. Ist für mich absolut easy. Echt? Aber ich bin auch jetzt durch. Ja, ich nämlich auch. Let's go. Was? Alter, okay. Ich hab's vor dir geschafft. Warte. Ist doch mir egal. Hä, was soll ich machen? Ha! Ja! Seve, guck mal, wo ich bin. Ha! Hä! Nein! Ja, nein. Oh nein. Warte. Was? Das buried der Mac-Roboter. Hä? Ich dachte, hier ist die Skimmel in die Toilette. Egal. Äh. Ich mach ihn fertig. Egal, Leute. Egal. Oh, ich bin auch da. Wer wird zuerst das Ganze schaffen? Komm schon. Oh nein, er ist übel schnell, Bro. Er ist übel schnell. Ah! Schnelligkeitsfeder! Oh mein Gott, Bro. Hä? Ich mach ihn kein Damage gefühlt. Bro, ich bin auf dem Dach. Schau mal. Ich komm auch. Komm, wir gehen beide aufs Dach. Bro, warte, 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 warte. Er sieht mich nicht. Er sieht mich nicht. Er ist dumm. Er ist dumm, Leute. Hä? Ey, ich hab einen Glitch. Ich hab einen Hack gefunden. Ich hab einfach einen Hack. Oh, ich hab ihn gleich. Ich hab einen Hack. Ich hab einen Hack gefunden, Leute. Das war's. Lumex, die Runde geht diesmal an mich. Das war's. Nein, sag nicht. Du hast ihn nicht besiegt. Du bist einfach rausgecharmt. Ich hab ihn gleich. Leute, 50.000 Robux. Plus 500 Euro. Gehen heute an Seville. Lumex, wo bist du? Ähm, ich? Ja. Ich bin im Auto. Warum? Wie? Du hast ihn schon. Ich fahr grad raus. Warum? Du bist doch da. Was? Junge, du bist so schlecht. Du bist so schlecht. Nein. Ich bin draußen. Oh mein Gott. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Oh mein Gott. 50.000 Robux und 500 Euro. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Ich bin jetzt erst fertig. Das gibt's nicht. Bro, Seville. Seville, Bro. Ich bin erst jetzt im Auto. Ich bin im Heli, Bro. Ich bin im Heli. Ich bin jetzt erst im Auto. Bro, ich hab's geschafft. Du hast aber gehackt. Das zählt nicht. Guck mal. Nein, mir egal. Das zählt nicht diesmal. Bro, guck mal. Ich bin Barry hier. Ey, ich bin hier. Im Endraum. Ich hab mich hier in Barry verkleidet. Schau mal. Ja, ich komm. Ich bin jetzt auch da. Ey, Mann. Wir alle Hacks aktivieren. Zack, zack, zack. Oh mein Gott, Bro. Seville. Guck dir das an. Ja. Also Leute, ich sag's so. Lumex hat gehackt. Mal wieder. Ladies, ladies and gentlemen. Ich würde sagen, Seville überweist mir jetzt erst mal 50.000 Robux auf meinen Roblox-Account. Willlumex-23. Dann bitte einmal 500 Euro an meine Paypal-Adresse. Und dann sind wir quitt. Ja? Nein. Gut, Leute. Super. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall den Dingnam nach oben da. Vergesst nicht zu abonnieren. Und ihr könnt doch sehr gerne Seville abchecken natürlich. Ja, das wäre ganz nett, weil ich werde die ganze Zeit nur verarscht. Und ansonsten, Leute, checkt noch unbedingt eins dieser beiden Videos. Ihr habt es noch sehr nice. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns morgen. Dein Eimbefolge. Bis dahin. Ich bin raus. Ciao.